Nein, in Baden-Württemberg ist noch kein Urlaub, keine Sommerferien, nix. Deshalb muss man weiterbauen an der MOBA, oder? Ist doch egal welches Wetter. Richtig! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn TräumeTV. Hier aus dem heißen Baden-Württemberg im Schwarzwald. Ja, die Temperaturen im Juni hier, die gehen langsam immer mehr nach oben. Man sieht es auch, die Gesichtsfarbe kommt wieder. Ja, der Käsefuß-Partner wird ein Indianer. Egal, so ist es halt. Aber für mich ist immer noch MOBA-Time, weil ich habe ja nichts anderes. Und ich habe ja ein Video von Chris gesehen. vom MOBA-N-Bahner. Der hat ja eine Pfingstfahrt gemacht und hat da die Nähe zu seinem Vater, weil er das mit ihm früher gemacht hat. Ja, und was habe ich mit meinem Vater gemacht? Ja, ich habe mit meinem Vater früher Modelleisenbahn gemacht. Er hat mir damals eine tolle Anlage unters Bett gebaut. Und wir haben da dran uns erfreut. Ja, ich mehr gespielt, er sich gefreut. Heute ist, glaube ich, andersrum. Ich freue mich, ihr und meine Kinder spielen. Oder wie auch immer. Ja, aber leider ist er nicht mehr unter uns. Und mich würde echt immer brennend interessieren, was mein Vater zu der ganzen MOBA-Wohnung sagen würde. Genial, ne? Vielleicht erfahre ich es irgendwann, wenn ich es schaffe, da hochzukommen. Wer weiß, vielleicht ist es auch da unten. Sehen wir dann, wenn es für mich mal zeitlich Gesegnete hat. Aber jetzt kommen wir erst zur MOBA-Wohnung Teil 67. Viel Spaß. Ja, der Flo hat ja geschrieben, wo ist denn mein Schlossbrahn oder halt das von meiner Frau oder unser Schlossbrahn, wie man es nimmt. Da steht es auf dem Esstisch und wartet geduldig auf den Platz, der kommt. Denn ich bin ja noch nicht da, wo das Schloss mal hinkommen soll. Und ihr seht es, es liegen schon dutzende Zubehörteile hier rum, was alles ans Schloss mal rangebatschelt wird. Oder ums Schloss herum kommt oder, 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 oder. Ja, das dauert noch ein wenig. Auf jeden Fall ist es auf der anderen Seite, wo jetzt quasi die Seilbahn gebaut wird, genau gegenüber, wo wird dann mal das Schloss hinkommen. So, andere haben gefragt, wo ist denn deine Tunnelbohrmaschine genau? Ja, das kann ich euch zeigen, indem ich jetzt die Kamera hier entsperre und hier rumfahre. Da, da ist sie. Für alle, die es wirklich noch nicht gesehen haben oder geblickt haben, ja, oder mein Wirrwarr hier mit der Eisenbahn nicht verstanden haben, da unten ist die Tunnelbohrmaschine, bohrt sich ihren ewigen Weg. Das hat halt sehr gut gepasst, ne, weil ich hatte ja dieses, ja, wie soll ich sagen, dieses Hintergrundszenario eigentlich anders geplant, ne. Und zwar hatte ich das ja so geplant, wir gehen mal etwas zurück, so. Ja, dass wenn ich hier an diesem Stuhl sitze und etwas werkele, dass im Hintergrund quasi das alles zu sehen ist, ja. Ja, irgendwie war ich wohl besoffen beim Planen, weil ich bin keine 10 Meter groß, ne, dass da oben die Kamera hinscheint oder ich müsste schräg nach oben filmen, denn man sieht immer nur diesen Bereich hier unten. Genau eigentlich ab dieser Kante sieht man in den Videos meistens am Rücken, vielleicht sieht man auch manchmal ein bisschen, je nachdem wie man sitzt, die Häuser. Aber das war's. Und da habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Ja, also habe ich gesagt, da muss die Tunnelbohrmaschine rein, dann sieht man die jedes Mal, wenn wieder mal Faller-Videos kommen, in die Richtung, oder bei den Livestreams, oder, 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 oder. Also, jetzt habt ihr die Position. Aber jetzt geht's raus im Flur. Ja, viele möchten endlich wissen, wie es weitergeht mit der Seilbahn. Und, ja, wir haben ja die Berg- und die Talstation verbunden, die Talstation festgemacht und, ja, ich bin jetzt langsam so weit, dass ich einmal das Seil legen kann, um zu schauen, ob es wirklich hinhaut, wie ich es gebaut habe oder ob ich noch was verrücken muss. Dazu muss ich jetzt das Seil mal holen und dann die beiden Stationen verbinden, aber das machen wir zusammen. Und da oben ist die Seilbahn. So. Da ist das Seil. Yippie. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Wunderbar. So, dann müssen wir da hochgehen, zur Bergstation, und das Dach ablupfen. So. Dann müssen wir hier zur Talstation und das Dach ablupfen. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Der ist fest, okay. Gut. Jetzt wird es ein... eine Fummelarbeit. Genau, genau. Ich bin ja mal gespannt, wie man das hinkriegen soll. Echt jetzt? Ja, jetzt müssen wir mal abwickeln. Sechseinhalb Stunden später. Eine Ewigkeit später. Viele, viele Kabel. Die man entzweilen muss. Ohne einen Knoten reinzumachen. Oh, 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 jetzt wird es ernst, Leute, jetzt wird es ernst. So. Ja, das wird es ein bisschen langwierig werden. Ende gefunden und runtergeschmissen. Super, echt super. So. Jetzt legen wir einfach mal spartanisch das Seil hier rum. Ich glaube nicht. Einfach ohne großartig jetzt was einzuspannen. Einfach nur mal lockerflockig. Lockerflockig. Drüber. So. So viel Seil ist übrig. Da wicklen wir schon mal ein bisschen auf wieder. Das ist geschickt, dass das so viel Seil übrig ist. Hat man schon einen weiteren Versuch. Jetzt werden wir noch mal da hochgehen. und versuchen, das Kabel auf die Rollen zu legen. eine Stunde später. Jetzt muss das ja auch andersrum. Als ihr seht, das ist eine richtige fummelige Arbeit. Zeit, das wird jetzt zeitlich euch, zeitlich euch wahrscheinlich zu lang werden jetzt. Das ist aber auch alles völlig egal. So. Jetzt machen wir mal ein Klammerle. Denn ich muss ja jetzt mal die zwei Seiten spannen. Irgendwann später. Das war jetzt ein Satz mit X. Also ihr seht, es ist eine Fummele, Fummele, Fummelelei. Das heißt, ich mache jetzt mal einen kurzen Cut. Und wenn ich fertig bin, dann zeige ich euch, wie es dran ist. Katastrophe! So, ich habe es geschafft. Jetzt machen wir mal den Test. Da geht es schon wieder weg. Aber da war ich jetzt ja gerade dran. Ich habe den Knoten etwas kleiner gemacht. Hier beißt es ein bisschen. So, jetzt probieren wir das mal. Da haben wir den Knoten. Und jetzt probieren wir mal, ob das fährt. Und jetzt probieren wir den Knoten. Also bis jetzt fährt der Knoten gut. Okay, hier oben nicht. Da hat es funktioniert. Da auch. Ja. Also bis jetzt läuft mal alles. Aber ohne Gondeln. Jetzt bin ich mal gespannt. So, halten wir mal an. So. Jetzt wollen wir da mal eine Gondel reinhängen. Mal gucken, ob das mit Gondel auch funktioniert. Hier kommt die Anleitung. Aber man. So. Also. Wir müssen den Knoten irgendwie da rein bekommen. weil ich möchte das gerne hier testen. Wie das ohne Knoten läuft. So. Also. Man muss es so rum reinhängen. das haben wir schon mal. Das haben wir schon mal. Gondel. Gondel. Jetzt sind wir mal gespannt. und jetzt ist die Spannung gegeben. Okay. Dann fährt jetzt mal gut rüber. So. Okay. Okay. Also da muss es oben rum. Habe ich jetzt schon gemerkt. Und da auch. So. 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 Ja, es bleibt mal alles drin, wie es soll. Also man muss den Knoten anders machen, aber vom Prinzip her fährt sie gut, das muss man schon sagen. Gut, dann werde ich jetzt mal mich um die Verknotung kümmern, dass die anders wird. Auf jeden Fall läuft sie, genau. Das heißt, ich mache jetzt da einen anderen Knoten hin, spanne noch ein bisschen, weil ich sehe schon, dass sie ein wenig, ihr seht, wie sie wackelt, also sie hat schon ein wenig noch leichtes Spiel. Das ändere ich jetzt mal und dann gucken wir mal, wie wir es hinbekommen. Bis gleich. So, neuer Versuch. So, dann wollen wir jetzt noch mal testen. So, und Dann wollen wir mal schauen. Okay, hier ist nicht ganz so rein. Warum auch immer jetzt plötzlich. Und da funktioniert es auch nicht so ganz. Und zieht mir jetzt die Kabine so an. Also das ist jetzt schon jetzt mysteriös. Jetzt gucken wir mal hier. Hier werden auch nicht Probleme drüber, aber hier nicht. Jetzt gucken wir mal hier. Jetzt gucken wir mal hier. Hier auch so komisch. Warum macht er das denn? Also müssen wir nochmal gucken. Das ist ein Geficke. So nach tutzenden Versuchen funktioniert es mal. Mal gucken wie lang. Also ich habe jetzt die Talstation ein bisschen nach vorne versetzt. Weil doch zu viel Spannung wohl auf dem Seil war. Habe auch die Spulen jetzt nach oben gesetzt. Dann fährt sie wohl lockerer. Jetzt müssen wir nur mal gucken wie das ist mit dem Knoten nachher. Ob ich den direkt hinter die Gondel hänge oder vor die Gondel. Also momentan sieht alles gut aus. Auch die Gondel fährt unten jetzt besser rum. Der Knoten der gefällt mir noch nicht so ganz. Da muss ich mal gucken was wir da machen. Ob ich da vielleicht ein Kleber drauf mache und dann ein bisschen Verschmor. Versuchen wir es mal. Also soweit funktioniert sie. Jetzt. Mal gucken wie es ist. Was natürlich ein Nachteil ist. Die Gondeln die haben oben einen Stift. Und wenn man die dran machen muss. Muss man fummeln und zack. Reißt der Stift ab. Das ist ein bisschen scheiße. Jetzt habe ich schon drei eliminiert. Die vierte hängt. Weil wenn man den Stift wieder rein macht. Und dann weiterfährt. Oder man macht es plumpst und sie fällt runter. Das ist schon mal schlecht. Aber es ist nicht schlimm. Weil ich wollte ja eh die gelben und die blauen noch haben. Also muss ich jetzt mal gucken wie ich es mache. Und dann werde ich natürlich noch andere Farben besorgen. Wir machen derweil jetzt mal das Dach drauf. Aber mit dem Kabel dran. So. Na. Jawoll. Und jetzt machen wir oben das Dach drauf. Ebenfalls mit dem Kabel an. So. Gut. Dann machen wir jetzt nochmal einen Testlauf. Mit Dach drauf. Ob sie eben fährt. Auch mit Dach. Und dann wollen wir mal schauen was jetzt passiert. Ja. Ich habe übrigens so ein Teil genommen und abgezwickt. Das komplett kaputt war. Und habe das dann als Schutz für den Knoten genommen. Weil ich habe gemerkt der Knoten macht schon arge Probleme. Das ist jetzt hier dran. Das seht ihr nachher immer so eine silberne Böppel rumfahren. Und seit das eben dran ist dreht das sich ein bisschen immer mit. Und macht weniger Probleme. Eine. Also wer die Seilbahn hat und mit dem Knoten Probleme hat. Gucken dass man so eine Gondel. Die kaputt ist. Oben abzwickt. Das funktioniert soweit gut. Da kommt es jetzt gleich. Ja. Fährt einmal frei drüber und dreht sich dann perfekt. Wunderbar. Die Gondel fährt. Also. So weit. Haben wir es im Griff. Das heißt. Die. Die. Seilbahn fährt jetzt. Jetzt. Muss es dann nur noch die anderen Gondel hinhängen. Und dann machen wir einen Dauerbetrieb. So. Dann steht es jetzt. Gucken wir mal ob das Licht geht. Jawoll. Beide Lichter funktionieren. Was haben wir da. Hm. Ah ja. Wenn wir das Licht ausmachen. Brauchen wir die Lichter nicht. Oh ja. Kann man nicht auslassen. Hat man unten das Neon Licht. Was haben wir noch. Das Dieselaggregat. Falls mal der Stromgenerator ausfällt. Ja. Gut. Aus dem Haus. Ne. Das haben wir geschafft. Jetzt gucke ich mal dass ich Gondeln finde noch. Nachschwäche. Und. Ähm. Ja. Dann sehen wir uns wieder. So. Die Gondeln sind bestellt. Wie es natürlich sein soll. Ne. Solche roten gab es nur noch eine. Gelbe gab es nur noch eine. Weiße gab es auch nur noch eine. Aber dann habe ich zum Glück noch welche gefunden. Blau. Da gab es vier Stück. Habe ich gar nicht viel gekauft. Obwohl ich eigentlich nur drei brauche. Aber sicher ist sicher. So. Jetzt werden wir hier. Drahtgeflecht anbringen. Drahtgeflecht anbringen. Um zum einen mal. Hier die Struktur. Ähm. Ja. Fortzuführen. So. So. Ja. Weil ja hier dann der Schihang ist. Schon wieder leer. Ja. Mann, hab ich ein Glück heute, echt. Ich glaube es nicht. Ich glaube es gerade nicht. So. Was soll heute noch kommen? So, das erste Stück hätten wir. Haben wir noch ein bisschen Rest übrig irgendwo. Vorher hatte ich noch ein Stück. Ja, Randale. So. So. Das ist ja einfach nur einfach zum Schutze hier von der Bahn. Da kommen ja nachher überall dann Gipsbinden drüber. Weil ich ja jetzt hier endlich loslegen kann. Aua. Und dann kommen die Skifahrer hier runter und können dann hier irgendwie eindrehen. Und dann kommt natürlich hier noch viel, viel Zeug hin. Was? Das sehen wir dann, wenn die Gipsbinden mal sind. Und dann wäre auf jeden Fall dieser Bereich hier zu. Das mache ich jetzt mal die Tage. Ähm. Ja. Heute nicht mehr. Genau. Jetzt haben wir erstmal die Bahn soweit. In Action. Genau. Und das ist das Wichtigste. So. Dann sind wir mal heute bereit zum Gipsen. Tja. Manchmal denke ich so. Nö. Ich mache nichts mehr. Und dann setze ich blöd rum auf dem Sofa und denke. Nö. Langweilig. Und schon. Bin ich wieder an der Anlage. Tada. Wer hätte es gedacht. Aber es geht einfach nur darum, um schon mal eine Struktur hier rein zu bekommen. Muss gar nicht so. So. Schön sein. Aber selten. Aua. Das geht sogar durch die Handschuhe durch. Wenn es da eine piekst. So. stück für stück geht die plattform voran dann in den hinteren bereichen machen wir natürlich andere hin längst stabilere so hier vorne an der kante auch noch eins haben wir drin wenn ich jetzt richtig bin dann passt das genau da drauf so dann haben wir die erste schicht drauf wunderbar ich habe hier ein stück mauerteile hingemacht und die kamera war plötzlich im sperrmodus also ich weiß nicht warum jetzt plötzlich die kamera da die aufzeichnung gelöscht hat egal aufzeichnung konnte nicht gespeichert werden weg also noch mal ich habe hier diese zwei mauern hin gebaut mit euch also für euch nicht sichtbar und ich habe hier eine lampe angestellt und ich habe hier gesagt ich mache hier dieses häuschen hin und das kommt so ungefähr hin genau und ich habe jetzt aber gesagt ich muss hier gucken dass ich hier auch noch gehweg hin mache zum beispiel mal bis an die häuser kante und dann habe ich überlegt ob dieses haus hier vielleicht hin passt so versetzt ein bisschen nach hinten ja oder ich hätte noch die alternative die polizeistation dahin zu bauen die muss dann aber auf die gleiche höhe ungefähr kommen weil wenn ich sie nach hinten versetze das wäre ja doof aber ich könnte sie vielleicht ein bisschen rüber versetzen aber das ist auch doof dann würde die so hinkommen dann muss man halt hier drüber laufen und hier wieder runter sieht das überhaupt ich muss ein tiefwasser jetzt seht ihr es dann muss man hier eben vom gehweg hier hoch laufen und hier wieder runter ja ich weiß es nicht also tendenziell gefällt mir das gebäude hier besser so und dann könnte man ja anschließend dann die polizei machen muss man mal schauen also ich habe da ja noch alle optionen offen ich weiß ja noch gar nicht ob ich hier dann höher gehen werde also auf dieses niveau dieser platte oder ob ich dann hier einen hang mache und da unten bleibe alles noch offen ich denke mal ich werde da so bleiben aber das sind jetzt eben planungen die man mit bedacht machen sollte bevor man da irgendwas voreiliges hin baut auch bin ich am überlegen ob ich die häuser fest mache oder ob ich mir so eine art möglichkeit offen lasse dieses haus weg zu nehmen um an die verkabelung hin zu kommen ja vielleicht mache ich es auch nur irgendwie auf eine leichte art rein oder hin müssen wir mal schauen das ergibt sich ja dann ja wenn es soweit ist genau dann gehe ich jetzt mal dran den gehweg hier zu schnippeln zumindest mal bis hierher ist ja unabhängig ob jetzt welches haus da hinkommt ob es versetzt wird muss ich anderen machen ob die polizei kommt geht es hier hoch aber so können wir mal fortfahren geh weg ausgeschnippelet dann wollen wir den hin passen hin passen und dann so Bonalkleber so so wunderbar einmal kurz das haus testen so so jawohl ein bisschen zu kurz hier egal was ich da gerechnet habe kann man ja nachher noch ausbessern gut hau es weg das ganze ding hier wieder beschweren und geben lassen so weiter geht es an einer anderen stelle nämlich da seht ihr dieses dieses rote Kabel da ist es und nochmal eins da habe ich quasi von den zwei Gleisen die da oben liegen von der ICE Strecke jetzt je ein Anschluss Gleis äh Anschluss Kabel angelötet ja weil ich möchte die Strecke ja quasi so machen dass ich je den Gleisstrang für sich Strom drauf geben kann oder nicht ja jetzt sagen natürlich viele hey bist du doof ne äh du hast ja da eh eine MS2 nachher dran das ist ja Digitalstrom ja da brauchst du das doch nicht da kannst du doch zwei Züge fahren und halten ja klar aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Präsentationsgleis machen möchte dann muss ich ja quasi ein Gleis tot machen und ähm dass quasi die Züge dort stehen und ich ein freies Gleis habe zum was programmieren ohne dass die anderen Logs beeinflusst sind und deshalb muss ich das ja trennen und abschließen können ne oder halt absperren können ja und das baue ich jetzt einfach dahin ja ich habe hier so eine Abzweigdose mir besorgt ne habe jetzt da schon mal zwei Löcher reingebohrt und ähm da zwei Löcher das heißt hier ähm wird das so angebracht dass dann die Kabel von oben hier durchgehen und dann habe ich hier je für ein Gleis dann einen Schalter ne und dann kann ich da drauf drücken dann ist das Gleis tot zum Beispiel oder ich drücke da drauf dann ist das Gleis tot je nachdem und ähm da muss ich jetzt die Schalter hier ran schließen und dann mal da oben anschrauben aber ich muss erst mal gucken dass ich dann die Verkabelung auch hinkriege aber da sehen wir uns später wenn ich da dran bin so da hängen die Kabel runter jetzt muss ich sie ein wenig abisolieren erstmal das muss noch mal machen ich brauche die rote Leitung ohne mal so und die rote Leitung brauche ich auch und dann machen wir gleich die schwarze auch noch weg weil die brauche ich ja eh gleich auch so genau machen wir hier weiter auseinander hier so hier ist der Teil perfekt und jetzt müssen wir die Box dann dran schrauben gut dann haben wir jetzt die Box jetzt müssen wir erst mal die Kabel durch so hoppla so Akku vorbereiten was denn der sitzt schraube 2 wunderbar perfektos jetzt müssen wir das die schwarzen darüber und die roten so jetzt brauchen wir die Schalterchen da muss das erste rote rein R und das zweite rote Muster rein so dann müssen wir das hier wegschrauben und da durchstecken und draufschrauben so das gleiche Spielchen hier auch so wunderbar und jetzt heißt es verdrahten ne jetzt müssen wir erst mal noch hier ein Loch machen da dann brauchen wir einen Schraubenzieher so da noch ein Loch machen und dann müssen wir noch die zwei Kabel durch und dann müssen wir noch die zwei Kabel durch so dann hätten wir das schon mal so ich habe schon mal eine Lüchterklemme hingebaut weil da stand ich ja davor jetzt müssen quasi nur noch diese roten und braunen Käbelchen der Anschlussbox hier rein bestellos dann sieht man mit meinen Morschtöpfel davor so einmal festschrauben so dann das braune Kabel auch noch rein das war jetzt wieder ein Satz mit X das das dann das 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 so so hebt wunderbar und rein tun würde es auch gehen perfekt gut dann muss jetzt mal testen da habe ich die ms2 jetzt muss ich mal einstecken dahinter da muss ich mir auch noch überlegen was ich mache strom ist dran und sie geht an so also geht an jetzt wollen wir die lok die da drauf steht und zwar ist das ja die br 487 schweiz und das lesen das ist die da so jetzt stelle ich die aus hintere gleis also auf dem hinteren gleis ist angeschlossen jetzt habe ich hier alles ausklärt dankeschön super toll jetzt gehen wir mal strom drauf so also ihr hört ne ich habe strom drauf was macht sie denn interessant ich weiß auch nicht was sie hat für problem also wenn ich jetzt quasi diesen schalter hier drücke für hinten ja dann ist sie aus so ist sie wieder an jetzt machen wir mal strom weg wir setzen sie aus gleis vorne hin so ich mache wieder strom drauf so wenn ich jetzt hinten ausdrücke wie vorher bleibt sie an hinten ist es tot weil ich jetzt aber auch vorne drücke ist sie aus also hier ist hier ist nichts stock gedrückt also ich könnte hier noch was drücken aber es tut nichts und jetzt tut sie wieder jetzt mache ich stopp jetzt setzen wir sie nochmal um wir haben nämlich den anderen test gar nicht gemacht stopp wieder raus lockt tot wenn ich jetzt hier vorne drücke am vorderen gleis läuft sie immer noch am hintern ist sie aus unabhängig von da was ich hier drücke jetzt wenn ich es so mache geht sie da also wir haben hier die zwei gleise kontrolliert quasi das heißt ich könnte jetzt auf dieses gleis die ganzen züge stellen wo wir dann fahren und ausschalten und auf diesem kann ich dann eine neue log programmieren unabhängig davon von den anderen zügen genau wunderbar ja somit habe ich jetzt an der ICE stricke wieder die möglichkeit autark andere züge zu fahren braucht dann einfach nur die schalter betätigen jetzt mache ich noch den deckel drauf auf die auf die auf die auf die genau auf die wie heißt auf die Was hat denn der für ein Stoff getankt? Und jetzt mache ich noch den Deckel drauf auf die Verteilerdose. Dann sind die Kabel schön verbaut oder verschwunden. Und es funktioniert soweit. Dann kann ich die Gleise oben festschrauben, wo die Kabel dran gelötet sind. Und dann kann es weitergehen da mit dem nächsten Bau. Auf jeden Fall habe ich jetzt dann Strom auf den Gleisen und kann auch den ICE jetzt einprogrammieren. Und den dann auch fahren lassen. Muss ihn nicht mehr schieben. Also von dem her schon mal ein Fortschritt hier. Guten Morgen an diesem Feiertag. Heute geht es mal wieder raus. Wie in letzter Zeit immer in den MOA-Wohnung-Videos. Denn ich wurde eingeladen zu einem Treffen. Ja, dann gehen wir jetzt hin. Und ich gucke mal, dass ich ein bisschen was MOBA-Technisches filme. Oder was ich sonst noch draufkriege. Auf jeden Fall viel Spaß. So, ich habe das Ziel erreicht. Da ist der Ernst. Hallo. So, jetzt gucken wir wieder ein wenig seine MOBA-Alle an. Es gibt heute ein kleines Treffen. Vielleicht habe ich den einen oder anderen noch drauf. Aber nicht viel in dem MOBA-Wohnung-Video. Aber ein bisschen was. Also viel Spaß. So, jetzt machen wir mal ein Rundumflug. Ich weiß gar nicht, was sich verändert hat. Gut. Oder steck mal vor. Mal schauen, ob es da los wird. Okay. Ja. Ich war ja im Herbst beim Ernst. Steht die Leiche richtig? Müsst ihr das ja noch kennen. Ich gucke, der Thomas ist auch da. Servus. Und da haben wir den Loh da. Grüß dich. Ja, und da sind sie auch schon am Guck mal hier. Fleißig am Filmen. Aber nur ein Teil hier. Ich weiß nicht, ob ich da für uns in der Runde auch nichts ziehe. Ach, ich weiß nicht. Ich sage auch nicht, ich finde ich. Ich habe jetzt schon auch keine Runde. Ich stehe oben drin, ja. Ein ziemlich enger Radius. So, mir quatscht noch weiter hier, aber ich verlasse euch jetzt, wir gehen jetzt wieder ins MOBA-Zimmer und der Ernst sagt schon mal Tschüss hier, bis zum nächsten Mal und wie gesagt, wenn ihr was wissen wollt, was hier noch gefilmt wird, ich gucke mal, dass ich alle anderen Kanäle da unten verlinke und dann könnt ihr da reingucken, was beim Ernst da passiert ist. So, wieder zu Hause im schönen Badurheim. Ja, danke dir Ernst nochmal für das Ausrichten des MOBA-Treffens bei dir. Hat mich gefreut, dass du mich eingeladen hast dazu und natürlich danke auch an die anderen, die da waren, um die tollen Gespräche und die schöne Dampflokfahrt und so weiter. Ja, es hat wieder mal Spaß gemacht, auch mal andere MOBAner wieder zu sehen, zu quatschen und über allgemeine MOBA-Themen zu diskutieren. Top! Ja, auch danke natürlich an deine Frau Ernst und an das tolle Essen und so weiter. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch am Bad hier wieder, wenn es bei mir mal losgeht. Aber jetzt geht es erstmal weiter hier in der MOBA-Wohnung, denn wir wollen ja gucken, dass wir noch irgendwas schaffen, bevor dieses Video online kommt. So, hier sind wir wieder draußen am Winter-Viaduct sozusagen. Es ist übrigens immer schön erfrischend, wenn man hier dann Winter macht, wenn es kühlt. Denn ich habe hier schon Schnee aufgetürmt, also Gips quasi. Ich nehme da immer so Rotband-Flächengips, Flächenspachtel, wenn man es nimmt. Und da habe ich schon mal jetzt so die Schneehäufen aufgetürmt, mit dem Gips eben. Und ja, das Haus schon mal positioniert, um zu gucken, wie es wird. Da ist ja die Lampe, die muss ich noch festmachen dann irgendwie, dass die in der Position bleibt, weil ich habe, wie gesagt, hier mir einen Schlitz gemacht, wo das Kabel durchgeht, dass ich quasi die Häuser hier so hinbaue und im Bedarfsfall wegbekomme. Die sind also quasi lose. Die werden nicht festgeklebt, die Häuser. Und dann kann ich sie, ja im Bedarfsfall kann ich es wegmachen. Also ich weiß nicht, ob das Haus, das wird vielleicht festgeklebt, aber ich meine jetzt so die zwei hier, ich muss es mal gucken, je nachdem. Ich will mich da noch nicht so festlegen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier noch einen Winterdienst, der dann hier seine Arbeit verrichtet. Da habe ich mir jetzt so Blink-Elektronik besorgt vom Busch. Das gibt es aber dann im nächsten Teil, weil da komme ich jetzt nicht mehr in dem Video dazu, das ranzubauen. Ja, bei meinem Modell und Spielhauer habe ich natürlich noch Häuschen geholt. So rum kommt es hin. Weil ich wollte hier ein bisschen vom Gehweg her einen besseren Abschluss haben und dann habe ich mir noch eine Metzgerei geholt, die dann quasi so hinkommt. Das heißt, hier kommt noch ein Stück Gehweg hin und dann habe ich hier schon die Häuser-Ecke quasi, wie es dann weitergehen wird hier. Weil da ist auch das Ende quasi hier hinten vom Holz und dann habe ich hier schon, hoppala, das Reiß ist noch kaputt, da habe ich hier schon eine Straße quasi, die weiterführt. Und dann habe ich hier meine Plattform und ja, so langsam nimmt das Form an. Da wird natürlich der Gehweg hier noch weitergelegt, die Straße gemacht, wie ich sage, Winter gemacht und dass es natürlich jetzt einigermaßen so aussieht, müssen wir das ein bisschen farblich behandeln. Ich lege jetzt die Häuser mal hier hoch. So, das müssen wir nämlich farblich behandeln und zwar mit Farbe, die dann nachher den Schnee imitiert. Wie gesagt, ich habe ja meine Glitzerfarbe hier und mit der, ja sieht man es so, mit der tupfele ich jetzt einfach hier quasi drüber über die aufgetürmten Schneehäufen und ein wenig nebbel dran. Das kann sein, dass man vielleicht das auch ein-, zweimal machen muss. Das ist natürlich nachher die Ansichtssache, hinterher. Das betrachtest, ne. Ob man da jetzt viel mag, weniger. Ja. Das muss man nachher selber entscheiden. Und je nachdem, wie es dann natürlich auch hält auf dem Gips nachher, die weiße Farbe, kommt dann natürlich nochmal ein Farbantrag drauf oder eben nicht. Das sieht man leider erst immer nach dem Trocknen, weil die Farbe dann sich erst entfaltet. Auch mit dem Glitzer-Effekt. Und so wird dann immer mehr hier alles glitzerig weiß. Und in der nächsten Folge sehen wir dann quasi, wie es fertig aussieht. Das Problem natürlich ist, man sieht es nicht immer so, wie in echt. Also mir gefällt das in echt immer etwas besser. Und es glitzert auch in echt mehr. Also alle, wo zu Besuch waren hier, die haben gesagt, wow, das ist ja wirklich geil, mit dem Schnee-Effekt. So, wenn das ein bisschen trocken ist, dann gehen wir hier noch ein bisschen drüber. So ein bisschen den Frost anhalten. Ist ja schließlich Winter. und die Bereiche, wo man weniger schippt. Und hier habe ich ja bewusst eine Kante. Das ist ja quasi diese dann, wo der Schneeschieber steht mit seinem Brett. Also machen wir das auch schon mal ein bisschen weiß. So kommt das dann später hin. Und dann hat er die Blinklichter an. Ja, das wird was. Aber das seht ihr in der nächsten Folge von Neuem aus der MOBA-Wohnung. Ja, wir machen jetzt hier einen Cut. Ich hoffe, es hat euch bis dahin Spaß gemacht, das Video. Ihr lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare. Ich bin da immer erfreut drüber. Naja gut, manchmal bin ich auch sehr belustigt, wenn sie unter der Gürtellinie sind. Aber so ist das im Leben. Nur viel Arbeit hier, aber Stück für Stück zieht der Winter hier ein und Stück für Stück geht es natürlich auch voran. Deshalb hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal, wenn es heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modell Eisenbahn TräumeTV wieder einschaltet. Bis dahin kann ich nur sagen, bleibt gesund. Viele Grüße, Markus und Tschüss. Tschüss. Tschüss.